Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind ProLine Fireworks Raketen dran. Da steht ein Preis von 12 Euro. Ich habe aber nur 5 bezahlt, glaube ich, wenn überhaupt. 3,99 oder so was. Die waren von der Vollwerksvitrine in der Sommeraktion, beziehungsweise Oktoberaktion, ganz sicher weiß ich es nicht mehr. Sie sind auf jeden Fall von GBV Veko. Wir haben eine NEM von 104,5 Gramm auf 5 Stück. Ja, sind bestimmt gewesen für den holländischen Markt. Hier seht ihr es auch, GBV Veko Vorwerk in Niederlande. Ja, was die können, weiß ich nicht. NEM haben wir gerade gesehen. Und da würde ich mal sagen, gehen wir gleich raus zur Zündung der ProLine Bright Color Rockets. So Freunde, jetzt die ganz kleinen Jungen, angeblich ja 12 Euro, stand zumindest drauf. Für die paar Raketen, naja, schauen wir mal. Ja, das Verleger war jetzt gut für die kleine Rakete. Effekt war halt Normalsterne. Wollen wir das rein mit Ende. Okay, ich würde mal sagen, das sind so eine Art Pionierraketen, also einzelne Sterne halt. Ja Freunde, das war das kleine Set. So, 12 Euro nicht wert. Er hat mir fast.